Neuzugänge bei Mateschitz-Projekt Alexander Milläcker, Georg Renner und Andreas Wetz verstärken das Team von Quo Vadis Veritas. Das Rechercheprojekt Quo Vadis Veritas aus dem Hause von Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz vermeidet redaktionelle Neuzugänge. Ex-ATV-Chefredakteur Alexander Milläcker wechselt ebenso in das Team von Michael Fleischhacker wie Georg Renner, zuletzt NZZAT, und Andreas Wetz, bisher die Presse. Milläcker wird in der Quo Vadis Veritas Redaktions GmbH für Formatentwicklung und TV-Gestaltung zuständig sein. Renner und Wetz unterstützen das Rechercheteam. Quo Vadis Veritas sucht zudem weiterhin Rechercheure, politische oder ökonomische Experten, aber auch Social Media Manager und Webentwickler.